Herren Einzel, Halbfinale bei den Tichten des Bezirks Einzelhaltsgeschäften, Samstag 29. Oktober 2022. Timon Neumann, der Außenseiter natürlich aus Mayerhof, hat aber gegen Sebastian Hegenberger, den anderen Topfavoriten, starke Spielbelieferung, 1 zu 3 verloren, aber alle Sätze nur mit zwei mittrigen Punkten, Unterschied. Aber hier haben wir natürlich noch mal eine Liga höher, zweite Tichte des Bundesliga, Hände des Paragruz. Vor Jahren noch Deutschland's Top-Talent Nummer 1, im Jugendbereich, hat den Service, schlägt auf. Jetzt sind die beiden anderen Halbfinale-Listen im Spiel gewesen. Die Spinner-Mädeltisch. Also hier, 0 zu 0 Aufschlag, Hörmann. Die Spinner-Mädeltisch. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's. Applaus 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 Vielen Dank. 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 Nice. ... 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